Meine Damen und Herren, jetzt für die letzten Stücke in diesem Konzert möchten wir gerne unseren Gastartist wieder dabei haben. Und in dem ersten Stück hören Sie ihn gleich in einer Rolle, womit er damals in 1935, 1936 berühmt geworden ist, als er mit Benny Guttmann zusammenspielte für das erste Mal. Mit Trio, Quartett, Quintett und so weiter. Sie kennen natürlich die schöne Aufnahme noch. Kombination von Klarinette und Rhythmusgruppe. Also mit Henk an der Bass, Hüpp am Schlagzeug, Jaap an der Gitarre und Bob mit seiner Klarinette und Teddy Wilson am Klavier. Jaap an der Bass, Hüpp am Klavier. Jaap an der Bass, Hüpp am Klavier. Jaap an der Bass, Hüpp am Klavier. Musik 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 Musik